Moin Moin Freunde meines Kanals und schön, dass ihr eine weitere Runde eingeschaltet habt an diesen wunderschönen Sonntag am 22.05. dieses Jahres. Wie ihr Freunde, ich würde sagen, wir steigen gediegen ein in die Welt der Edelmetalle, Goldsläume, Aktien, Platin, Anleihen, Derivate, E-Tetra und so weiter, Immobilien. Es ist ein spannendes Thema, gerade wenn es um die Welt des Investierens geht. Vorab, ja, ihr habt das schon mitbekommen, ich konnte leider gestern kein Video drehen. Und leider Gottes hatte ich viel zu tun, insofern war es mir nicht möglich, da noch ein Video reinzuschieben. Das werde ich jetzt, wie ihr seht, diesem Sonntag am 22. nachholen. Steigen wir ein in die aktuelle Goldpreisgeschichte. Da war dieses traurige, super spaßig, wie man sie auch nennen will. 1.847,82 US-Dollar pro Fein und Zickgold im aktuellen Fall. Und ja, man kann das deutlich so festhalten, dass wir seit dem 8. März uns in einer Abwärtsphase befinden. Muss man das jetzt überbewerten? Meiner Meinung nach nein. Aber wenn wir uns nämlich die aktuelle Situation anschauen, vom 8. März bis eben zum aktuellen Zeitpunkt, bis zum 21. Mai, dann haben wir eine Preisdifferenz beim Goldpreis von genau circa 200 US-Dollar. Ja, und das ist auch so eine Sache, ihr müsst euch das mal so vorstellen, genau wie in Anführungsstrichen nur diesen 200 US-Dollarn wird in der Öffentlichkeit in Wind gemacht mit der These, Gold ist ja kein Inflationsschutz. Kann man so sehen, ist es richtig und akkurat meiner persönlichen subjektiven Wahrnehmung nicht. Gut, aber wie immer gilt, das muss letzten Endes jeder für sich entscheiden. 1.847,82 US-Dollar im aktuellen Fall dementsprechend. Gucken wir auf Silber, dann haben wir ein ähnliches Bild mit dieser Zackenlinie bei 21,77 US-Dollar pro Finanzsilber und ich habe so den persönlichen Eindruck, dass wir im aktuellen Fall eine Verschnaufpause haben. Ja, dass sich die Gold- und die Silberpreise, ich schalte nochmal um auf Gold, ein bisschen stabilisiert oder an Anführungsstrichen normalisiert haben. Ja, weil von 1808 am 18. Mai bis eben 21. Mai bis auf 1.847, das sind ja schon einmal fast 50 US-Dollar in einer sehr kurzen Zeit. Wenn man mal bedenkt, dass vom 8. März 200 US-Dollar bis ins aktuellen Zeitpunkt runtergegangen sind, dann erscheinen mir 50 US-Dollar in so einem kurzen Zeitraum doch schon ziemlich krass. Ja, also es könnte ein Anzeichen dafür sein, dass sich die ganze Geschichte etwas normalisiert. Okay, jetzt zu dem Artikel, wann beginnt denn der nächste Bullenmarkt beim Gold? Das ist nämlich auch eine sehr spannende Frage, die wahrscheinlicherweise sehr, sehr viele Menschen interessieren wird. Ich fange vielleicht mal von oben an, trotz hohen Inflationsraten überall auf der Welt ist der Goldpreis in den letzten Wochen deutlich gefallen. Ja, das habe ich ja gerade eben schon vorgelesen, ist kein Geheimnis. Doch der nächste Bullenmarkt scheint vorprogrammiert. Auch eine sehr interessante These und Feststellung, der wir doch in diesem Artikel ein wenig auf den Grund gehen werden. Anfang März lag der Goldpreis noch bei über 2.000 US-Dollar pro Fein und zu Gold. Wir erinnern uns, seitdem ist er fast um 10% zurückgegangen, also ca. 200 Euro und handelt nur wenig oberhalb von der Marke von 1.800 US-Dollar. Das stimmt im aktuellen Fall nicht. Dieser Artikel ist vom 18.05., also insofern schon 3-4 Tage alt. Und wir haben ja gesehen, dass der Goldpreis im aktuellen Fall bei 1.840, 1.847 US-Dollar pro Fein und zu Gold liegt. Okay, so weit, so gut. Die Edelmetalle wurden in den letzten Wochen hart getroffen, denn seit Mitte April geht es immer weiter bergab. Warum, wo? Hierin ist das begründet. Ihr wisst es selber. Die Federal Reserve betreibt eben Finanzpolitik auf ihre Art und die EZB auf ihre wenige eigene Art oder auf ihre gar keine Art, wie man das auch immer sehen will. Ihr wisst, was ich meine. Auch am Dienstag ist der Goldpreis weitergefallen, denn es wurde gemeldet, dass die US-Einzelhandelsumsätze im April stark angestiegen sind, was darauf hindeutet oder andeutet, dass die Nachfrage trotz der hohen Inflation stark bleibt und die Sorgen zerstreut, dass die Wirtschaft auf eine Rezession zusteuert. In der Folge wird eine aggressive Zinserhöhung durch die Federal Reserve noch wahrscheinlicher. Und ich möchte da mal vielleicht eine Zwischenthese dazwischen schmeißen, weil diese Annahme meiner Meinung nach trügerisch ist. Trügerisch insofern, weil man im aktuellen Fall schon auch die berechtigten Zweifel hat, dass die Menschen mit dieser Inflation klarkommen. Tun sie das? Nein, sie kommt nicht mit der Inflation klar, sondern sie nehmen es hin. Durch zweieinhalb Jahre zermürbter Politik in verschiedenen Bereichen mal als Beispiel Pandemie. Ist nicht der einzige Baustein, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Wir haben sehr viele Bausteine und das hat Menschen und nicht nur in Amerika, sondern weltweit in den jeweiligen Ländern wirklich zermürbt. Das hat uns gesellschaftlich einfach auseinander dividiert. Das muss man deutlich so festhalten. Das kannst du an so Kleinigkeiten, so einem banalen Ding feststellen, wenn du auf der Straße gehst und die Leute sich noch nicht einmal mehr bereit sind zu grüßen. Aber das nur so als Zwischenthese hineingeworfen, dass das im Moment so ein trügerisches Bild ist, dass die Nachfrage deswegen steigt, weil sich die Leute hier freuen. Das halte ich für einen falschen Ansatz. Aber okay, das nur so als persönliche Feststellung. Gut, in der Folge wird eine aggressivere Zinserhöhung durch die Federal Reserve noch wahrscheinlicher. Das ist auch eine These, die darauf aufbaut, eben weil die US-Einzelhandelsumsätze im April stark angestiegen sind. Das fließt dann als Analysewert sozusagen in den Werten der Federal Reserve mit ein, die dann damit arbeitet. Ist das jetzt ein fundamentaler Teil dessen, was vielleicht noch kommen mag, wenn wir jetzt zum Beispiel an die Rezession denken? Das halte ich für ein sehr gefährliches Spiel, weil die Inflation steigt, die Zinsen steigen. Was ich im Übrigen im aktuellen Fall, ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe oder das erwähnt habe. Falls nicht, dann erwähne ich es nochmal. Nicht für eine gute Idee halte, jetzt unbedingt eine Immobilie irgendwo hinzustellen oder zu bauen, weil bei steigenden Zinsen und steigenden Inflationen andererseits kann man sich ausmalen, was da mit der Kohle eines Kredits nämlich wirklich passiert. Und damit werdet ihr einfach nicht glücklich. Aber nur meine Meinung. Menschen oder viele große Investoren haben sozusagen eine gewisse Summe in Gold und Silber geparkt, die sie sozusagen wieder herausnehmen, was dann den Goldpreis weiter einbrechen lassen könnte. Das ist schon immer so eine Sache des Gold- und Silberpreises gewesen, was so eine Sache ist, die einerseits gar nicht so geil ist, wenn man da zum Beispiel an den Papiersilbermarkt oder an den Papiersilbermarkt so rum oder an den Papiergoldmarkt denkt. Ja, weil das hat zum Beispiel in meinen Augen überhaupt nichts mit Inflationsschutz zu tun, wenn ich an den Papiersilbermarkt denke oder eben an den Papiergoldmarkt denke. Woran kann man diese These wieder festmachen? Das seht ihr selber, wenn ihr an den aktuellen Silberaufschlägen seht oder diese mal anschaut bei den sämtlichen Händlern, dann scheint es zumindest in diesem Bereich völlig egal zu sein, ob jetzt der Silberpreis sinkt oder nicht. Das mal so als Beispiel. Insofern siehst du da schon eine deutliche Entkoppelung von Spotpreis zu Realpreis. Insofern kannst du auch da wiederum festmachen, dass ein Inflationsschutz eben nicht bei nicht physischer Ware besteht. Aber es ist egal, die Leute liquidieren sozusagen auch Papierwerte aus dem Markt heraus, um sie dann in andere Papierwerte wieder umzutauschen, was dann den realen Spotpreis drückt. Was dann den Anschein suggeriert, dass dann diese Dinge oder in dem Fall die Edelmetalle offenbar über die letzten paar Monate, wir reden hier über 200 US-Dollar, also circa 10 Prozent, keinen Inflationsschutz bieten soll. In Anführungsstrichen. Das nur so als Erklärung, warum und wieso. Und jetzt könnt ihr euch selber daraus eine Idee entwickeln, ob jetzt tatsächlich physische Ware keinen Inflationsschutz bietet oder nicht. Aber lesen wir erstmal weiter, warum ist der Goldpreis trotz Inflation gestiegen. Zwar gilt Gold als gute Absicherung gegen steigende Inflation, aber Zinserhöhungen bedeuten höhere Opportunitätskosten, da Gold eben keine Rendite abwirft. Und andererseits muss man sagen, was keine Rendite abwirft, ihr wisst es ja, Zinsen etc., Zinseszinseffekt, das ist halt auch der Fakt, der immer gerne sozusagen außen vor gelassen wird. Die negative Stimmung unter Anlegern zeigt sich bei den Beständen des weltweiten, und jetzt kommen wir nämlich genau darauf, größten Börsengehandelten Goldfond, SPDR Goldtrust, die auf den niedrigsten Standzeiten Anfang März gefallen sind. Und das ist genau das, man terminiert eben Papierwerte und nicht wirklich physische Ware. In der Vergangenheit ist jede große Bewegung des Goldpreises mit einer deutlichen Korrektur oder sogar einem Bärenmarkt aufgrund oder auf den Aktienmärkten einhergegangen. Die großen zyklischen Goldpullenmärkte traten während oder nach einem Goldbärenmarkt auf, und zwar vor dem Hintergrund eines särkulären Bärenmarkts bei Aktien. Beispiele dafür sind die früheren bis mittleren 1930er Jahre, die 1970er Jahre und sogar die 2000er Jahre und auch die 2000 bis 2011 Jahre. In den letzten Jahren lag das Problem beim Gold in dessen schlechterer Performance gegenüber dem Aktienmarkt, sagt der Analyst z.B. Jordan Roy Byrne. Gold steht jedoch kurz davor in einem neuen zirkulären Bullenmarkt zu Beginn, während der Aktienmarkt wahrscheinlich in einem neuen zirkulären Bärenmarkt begonnen hat. Und weiter, Kennzahlen wie CAPE oder CAPE, der Buffett-Indikator oder das in Aktien investierte Haushaltsvermögen sprechen allesamt dafür, dass die Renditen in den nächsten 10 bis 15 Jahren sehr schlecht ausfüllen werden, was mit einer dramatischen Outperformance von Gold gegenüber dem Aktienmarkt zusammenfallen wird. Ja, also das ist halt genau das. Aktienwerte nehmen weiter ab, Inflation nimmt weiter zu, Zinsen werden gesteigert etc. und so weiter. Das ist genau dieser Spielrahmen, den wir uns halt eben bewegen und man muss sich halt fragen, inwiefern sind halt steigende Zinsen und Zinseszinsen und Zinseszinsen für Aktien dann so geil. Aber das nur so als Beispiel. Wann endlich beginnt denn der Goldbullenmarkt? Nach Ansicht zum Beispiel von Roy Byrne sollten die Edelmetalle ihren Tiefpunkt erreichen, wenn die US-Notenbank die Zinsen nicht weiter anhebt. Dies geschieht in der Regel auf dem Höhepunkt der Verschärfung der finanziellen Bedingungen. Diese Geschichte zeigt, dass Gold neue Höchststände erreichen kann, wenn die Fed beginnt die finanziellen Bedingungen zu lockern. Die Fed wird ihre Lockerung erst später in diesem Jahr vornehmen können, wenn die Wirtschaft überdreht und der Aktienmarkt auf einen Tiefpunkt zusteuert. Zu diesem Zeitpunkt werden sich Edelmetalle vollständig abkoppeln. Das ist eine These, die da aufgebaut wird, die nicht unbedingt so eintreffen muss. Es ist aber doch deutlich festzustellen, dass wir im aktuellen Fall, wenn man jetzt bedenkt, was momentan politisch sozusagen verfolgt wird, zumindest von der Federal Reserve oder aber auch von der EZB, geht man ja davon aus, dass die Zinsen so langsam, aber sicher mal angehoben werden müssen, so gegen Sommer, ihr wisst es ja eh. Da muss man sich halt schon die Frage stellen, wie nachhaltig sind denn diese Zinsschritte und wie lang gehen die? Und was passiert mit der Inflation an sich? Da werden die Zinsen, also die Inflation weiter steigen? Wie hoch werden diese Zahlen weiter steigen? Und so lange wie im aktuellen Fall, ihr wisst es ja, Gasembargo, das sind ja alle so Dinge, die kommen zumindest in Europa noch on top obendrauf. Gas, Öl, Versorgungsknappheit, was sozusagen das ganze Essen an sich betrifft, etc. und so weiter. Dass Firmen wahrscheinlicherweise mit Stromproblemen rechnen werden müssen, weil einfach die Versorgung nicht mehr so gewährleistet werden kann und Industrie generell schon nicht an erster Stelle steht, was zum Beispiel Heizung betrifft, etc. und so weiter. Das ist eine ewig lange Liste und aktuell sieht es ja auch nicht unbedingt danach aus, als wenn sich das ganze Thema Ukraine, Europa, Russland in irgendeiner Form deutlich entspannen würde. Und da kann man nicht davon sprechen, dass wir über dem Berg sind. Da kann man nicht darüber sprechen, dass man sagen kann, oh es reicht mal eben, dass die US-Notenbank zwei, drei Zinsschritte vornimmt und dann war es das mit der Inflation. Wenn man mal bedenkt, wie viele Billionen, nicht Milliarden, nicht Millionen, sondern Billionen, Euros und Dollars in den Markt gepumpt wurden. Das Geld muss ja irgendwo hin, das verschwindet ja nicht einfach wieder so. Und das sind genau diese Punkte. Insofern könnte ich mir vorstellen, dass wir gegen Herbst, Ende dieses Jahres, nochmal eine ganz andere Situation haben, den Gold und den Silbermarkt sehen werden können. Und ich finde es sehr bedauerlich, dass gerade im aktuellen Fall, und das ist schon immer so gewesen, nicht nur auf meinem Kanal, sondern auch auf vielen anderen Kanälen auch, gerade die, die sich sozusagen über das Thema Edelmetalle beschäftigen, dass dann immer Leute sozusagen abspringen und sagen, oh Gold war doch nicht das Richtige für mich. Wenn, noch einmal, wenn ich generell an den aktuellen Papiersilbermarkt denke oder an den Papiergold, also Papiergoldmarkt denke, dann ist das für mich als Anleger, der sozusagen Schutz sucht vor Inflation, doch völlig unerheblich, was Papiersilber macht oder Papiergold macht. Das ist ja für mich völlig egal. Und dann spielen für mich am Spotmarkt auch die 200 US-Dollar keine Rolle. Überhaupt keine Rolle. Weil ich weiß, ich habe es ja vorher schon mal versucht ein bisschen zu erklären, dass eben Bestände terminiert sind, die sozusagen in Papierform existieren, in Papier sozusagen nicht als Kontrakte vorhanden sind. Natürlich sind diese Kontrakte wiederum gewissermaßen mit physischer Ware hinterlegt, aber sie bewegen sich nicht. Sie bewegen sich nicht innerhalb von einer Sekunde zur anderen Sekunde tonnenweise von einem Land zum anderen. Das tun sie einfach nicht. Das ist also sozusagen Kapital, was gewisserweise niemals in irgendeiner Form bewegt wurde. Das Einzige, was andauernd terminiert und bewegt wird, hin und her, von rechts nach links, von links nach rechts, von oben nach unten, hin und her geschoben wird, sind Papierwerte, liebe Freunde. Das ist alles, was passiert. Das ist aber unerheblich für diese unze Gold, die ich physisch besitze. Das ist der Unterschied. Und Inflationsschutz besteht nicht darin, dass ich ständig irgendwelche Papierwerte von links nach rechts hin und her drehe. Und das vergessen sehr viele Menschen. Wenn man sich dieser Tatsache ein bisschen bewusst wird, dann weiß man, dass man auf 200 US-Dollar, die mal über ein, zwei, drei Monate fallen können, am Gold- und am Silbermarkt völlig unerheblich sind. Das ist nur so meine persönliche Meinung. Insofern sind das Preise und Möglichkeiten, um nochmal nachzuinvestieren, um günstiger an diese physische Ware heranzukommen. Was bei Silber im aktuellen Fall sowieso schon fast unmöglich ist. Ihr wisst es ja selber, wenn man an die Aufschläge dazu rechnet. Und dann muss man sich fragen, warum sind denn die Aufschläge da? Eben weil sich der Markt in der Hinsicht entkoppelt hat. Eben deswegen, weil es möglich ist, diese Preise zu machen. Und diese Preise kannst du eben nur dann machen, wenn die Leute es kaufen. Würden die Leute nicht diese Aufschläge mitnehmen, gerade im Silbermarkt, dann gäbe es die Aufschläge nicht. Sie gibt es aber dennoch durch Versorgungsknappheit etc. und so weiter, was sozusagen vorsuggeriert wird. Ob das jetzt stimmt oder nicht, spielt keine Rolle. Der Punkt ist, die Leute nehmen es ab. Sie nehmen es sozusagen gedanklich ab. Und sie nehmen es auch physisch. Die physische Ware nehmen sie eben auch ab. Und deswegen existieren diese Preise. Und das ist dann genau diese Abkopplung, von der wir hier sprechen. So meine Gedankengänge. Also ihr könnt jetzt da was draus machen. Oder man kann da auch zu viel hinein interpretieren, wenn mal der Gold und der Silbermarkt ein bisschen zurückgehen. Man kann das aber auch einfach akzeptieren und daraus was machen. Und sozusagen sein Portfolio weiter auffüllen. Mit was auch immer ihr wollt. Am besten Falle natürlich mit Aktien, Gold, Silber etc. und so weiter. Also Edelmetalle. Man kann das aber auch mit anderen Werten machen. Da ist jeder frei in seinen Entscheidungen. Aber Vorsorge, Nachsorge, Nachhaltigkeit, Inflationsschutz scheint mir in diesen Zeiten wichtiger als denn je. Aber das ist wie gesagt auch nur meine persönliche Annahme. Liebe Freunde, ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nördliche Richtung da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Danke für eure Zeit. Schaum und V. Gruß geht raus. Viel Liebe. Bleibt freundlich zueinander. Bis zum nächsten Mal.